Yo Leute, hier ist der Bessikon. Hier ist eine Runde Dragon Ball Xenoverse online natürlich und ich spiele mal auf so eine kleine Battle Runde. 3 gegen 3. Jetzt und schauen wir mal weiter. Ich sehe nicht so wie das letzte Dragon Ball Let's Play, wo ich mal ohne Stimme aufgenommen habe, da ich ein bisschen bockig bin. Wissen Sie was, da können wir richtig fahren mit dem kleinen Johnny hier. Alter, die nerven aber nur. Das sollte ungefähr reichen, der blaue Hurricane. Das kriegt ihr nebenbei bei einer Mission, wo ihr diese Leute besiegen müsst. Und da kommen ganz am Ende, die bringen die Leute ohne dann. Der ganze merkt doch nicht, ne? Was stimmt mit dir nicht? Oh, das geht aber richtig ins Orban hier. Ich setz mal ein bisschen auf, fuck ich... Jetzt könnt ihr mich ein bisschen besser verstehen. Ich kann mich nicht davon verstehen, weil ich das ein bisschen zu laut gemacht habe. Oh, das tut aber richtig. Ah, stimmt, da dieses Emperation. Aber ich hab das schon mal gehört. Ich hab das schon mal gehört. Aber ohne Straf. Wer hat denn wirklich noch solche... Wer hat denn, was soll der? Der? Der Reicht. Der? Und, du, der? Erste, der? Die? Der? Der? Das? Ein bisschen Ausdauer habe ich. Das ist der Typ, ich mach den Schlag her. Ich bin der Kaioken, da ich ja auf diesem Charakter leider kein Super Titan habe. Aber ich habe mehr solche Mission gemacht und meine Super Titan 2 bekommen sollte. So ein Arschloch, ey. Also das ist doch unverständlich. Gut, ich habe es jetzt ein bisschen in meinen Ohren reingelegt und hoffe, es sollte mich allzu sehr schaden. Dieser Part soll aber nur 5 Minuten gehen, da ich noch einiges selber Erfolg produzieren muss. Mein Gott, ich bin der Typ, aber ich bin der Typ. Ich weiß es sind 2 von, ne, alle 3. Na das ist kacke. Na ja, ist jetzt auch nicht alle zu schlimm. Na ja, ein bisschen Szene habe ich jetzt trotzdem bekommen. Ich würde sagen, ich mache noch einmal so einen Kampf und dann war es erst mal mit dem Part. Denn ich muss euch natürlich auch noch ein bisschen unterhalten können. Auf meinen Channel. Ich würde sagen, wir sind bereit. Komm, geht mal alle auf bereit. Sonst muss ich die Stelle schneiden. Auch wenn es gar nicht mal so schlimm ist zu schneiden. Das macht manchmal richtig Bock. Ich denke, ich muss die Stelle doch schneiden. Sollte es nach 5 Sekunden nicht weitergehen. Ja. Okay, gut. Wir sehen uns bei einem Cut. Okay, gut. Vielleicht doch nicht Cut. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Schlimmer ist noch gut. Ich habe nämlich den scheiß Super Saiyan nicht. Ey, Mann. Jetzt muss ich mein nächstes Mal freischalten, bevor ich den nächsten Part machen. Ich muss das mal ein bisschen schneiden, nur mal sehen. Ich denke, das geht ungefähr 4 Minuten. Nein. Ah, doch. Getroffen. Ich denke, auch die ist ungefähr Level 20 bis 25 bis 26 jetzt. Ah. Alter, wie kann man so schnell anpassen? Nein. Scheiße. Super Saiyan. Okay, gut. Und jetzt mehrere Kanäle in der Hand. Ich denke, es ist ein wenig zu tun. Nein. Nicht getroffen. Doch, jetzt habe ich getroffen. Jetzt habe ich getroffen. Wie ist gerade? Ich bin. 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 Ich kann. Ich habe wieder gelöst. Ich bin. Mann. Junge. Was soll der Scheiß? Wie kann man sich bitte so lange drehen? Schraß mal bitte in den Kommentaren, falls ihr selber das Spiel habt. Und wissen mal, wie es so lange dreht. Das ist doch voll nervig. Wenn einer vor deiner Scheißpresse kommt. Wären du eine Super-Tacke gemacht hast. Wenn ich die perfekte Form erreich, ich wusste nicht, dass es die Wettsäle gibt. Man, ich dachte, die könnten so krass gewinnen. Ich würde sagen, gehen wir ein bisschen auf Verteidigung. Ich meine, wenn ihr es von Doku sagt, er ist der Kampfverfahren. Toll. Ich würde auch die Christina eigentlich öfter vormachen können. Komm, man, wieder das ständig macht, also ich glaube, das ist richtig, na. Doch, da ist es. Aber wenn es nicht der war, weil das macht dieser Willküden, die ich immer heilig ist, ich mache das ständig, dass ich den Nerven. Und die Attacken ist auch auf meinen privaten Sinowars-Aktar. Ich kann da nur irgendwie kein Play-Play-Play-Shop machen. Das ist schon ein Klack-Kon-Woll-Bemut oder so. Und das ist irgendwie unzudänglich. Wenn ich das... Ich habe jetzt die E-Mail sogar berifizieren lassen. Keine Ahnung, was das Einfluss war. Ja, egal. Ich würde sagen, Leute, das war's. You're pretty strong, aren't you? Gebt mal ein Like und abonniert den Channel. Abonniert die Aussage, okay? Das war's. Euer TV. Tut mir leid, ich sage immer meinen alten Nach. Also, ich würde sagen, das war's jetzt. Ciao. 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 Ciao.